weiter geht's mit den nächsten auftrag und zwar von bei diesmal ist die gute die gute ist ja im platz und das ganze heißt von wem tapferkeit und rügel ganz klar ich würde sagen wir legen einfach mal direkt los die quest beginnt in monstadt ihr solltet natürlich die main story quest akt 1 abgeschlossen haben und dann bekommt ihr das ganze und wir legen einfach los wir müssen mit ember mal sprechen das tun wir einmal herr habe im looking for you everywhere how's that wind glider i gave you last time seems like it's really growing on you but then again you don't have a gliding license do you a gliding license hmm what's that isn't it obvious you gotta have a gliding license to legally glide in monstadt oh but we've been gliding for ages now this is the first we've heard about it yeah you've been gliding all over the place everyone's noticed so you came looking for us because you want to give us a gliding license no way the knights of avonius have strict rules you need to pass an exam and only then will the knights issue your license today i'm here as an examiner to oversee your official gliding exam i gave you your wing glider so this is my responsibility at least that's what acting grandmaster gene would say an exam what a pain in the butt then again since amber is the examiner i'm sure you'll glide through it i mean the whole city saw how well you flew the day that storm terror attacked so i'm sure you'll have no problems but we do need to respect the rules and glide properly here take this gliding manual no need to memorize it just be familiar with everything in there for example only one person per wing glider no carrying anything over the set weight limit no taking off using an animal slime and so on and so forth anyway be sure to read it okay i had to read a load of big thick books too when lisa was teaching me magic wow that's a big old book paimon thinks we best get started great come find me when you're done i'll be at windrise immer wir sind immer fertig the knights of havonius gliding manual does not sound like a fun read when the first risk of wind brushed across the land birds that yearned for the sky had wings but no way to fly they asked the animal god how can we reach the heavens to which the animal god replied you have yet to find that which is most important as the god spoke the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky the birds thrust out their wings but the breeze was all too mild leaving them to stumble across the earth so they went to the gorge where the wind showed off its wild and incomparable strength they threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky to the animal god they went to gleefully say we understand now all we needed was a stronger wind to fly in reply the animal god said what you lacked was not wind but courage it is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world that's a cool story but it's the knight's gliding manual really written in that style anyway let's go find amber ja lass uns seinbar wieder gehen ok ähm das klaren dann das wollte ich jetzt nicht okay ist klar dann müssen wir die erstelle zum glück haben wir die teleporter freigeschaltet und können im tempel ja mal nehmen das teleporter der flugschein müssen nach vorne zum cliff da bin ich so viel ausdauer haben müssen wir aufpassen jetzt mal wie weit hier klettern und ist dann ausreichen sprich mit einem bespricht mit dünnbäu du hast du eine gute Ausgabe von der glückende Handlung gemacht? du hast alle die Regeln gemacht? so sieht es wie eine wirkliche Drehung ich weiß, ich bin da oh, der glückende Handlung ist super dry ich konnte es nicht überhaupt nicht aber nicht erzählen Gene wirklich? hm Paimon dachte, dass es einige coolste Geschichte gibt im glückende Handlung Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal animo slime takeoff. Apparently, if you pop an animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. Uh, what? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? Uh, this is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. Uh, but anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay, then. You just need to follow the marked route to the finish. No. 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 Okay. Ein Flug über Mondstadt, okay. Dann finde ich mir den Teleporter und jetzt zurück. Okay. Easy. Okay. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. W-What's going on? Oh! Ich sehe decades. Wow, he flies fast, then. We managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale, but that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Gene. Okay. So, dann den nächsten Abschnitt. Der Christ. Das ist ein komischer Vogel. Gehen dürfen über den Teleporter. So. Ach孟, das war das nochmal. Kommt jetzt later, kann das sein? So, Leer-taste. Ja gut, Leer-taste. Paimon knows it's from a frame of a wind glider, therefore... Hmm, how do we know if this was left by a raptor or an animo slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stumps on one to take off. Wait, are you telling me people actually do that? Either way... Hmm, a strip of cloth with animo markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wind glider. Wow, outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. It appears that the elemental markings point this way. Huh, well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Okay, let's see it. It looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Okay, let's see it. Can't do them now. Okay. Hm. Ich kann es nicht glauben, aber die Hillychurls hat uns geholfen. Glücklich, ich verabschiede sie. Hillychurls? Aber ich dachte, dass die Knights of Evonius hat die meisten der Hillychurl-Kampen in diesen Teilen genommen. Es ist ein klein Kampen, nicht zu weit von der Stadt. Die Route, die ich auf meine Behandlung verabschiede, ist, dass ich sicher bin. Aber heute, ein verrückter Freund plötzlich aus dem Meer und hat in den Kampen. Hmm, jetzt, was das mich an? Es hat wirklich riled sie auf. Sie schafften das lustige Freundin als er flieg, das sie rauskommt. Ich versuchte, aber sie verabschieden meine Fruitskarte zu smithereen. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn der Merchant Caravan kommt hier morgen. Lustige Freundin? In welcher Weise? Er war etwas zu halten. Es muss sein, weil er nicht in der Straße schlafen kann, um seine Leben zu retten. Vielleicht ist das, warum er schlief. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase! Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Hm. Let's go. Meine Güte. Dass die Knöpfe anfangen zu verwechseln wegen dem anderen Spiel, wegen Groover, ist schon unglaublich. Ach, ach. Too late! We're open! Someone needs a syphilis! I must leave here. Go, go, bear it! Dodge this! We're open! Written in the stars! Okay. But if that's the case, what are they hanging around here for? Oh, look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and set his minions to slow us down. That way when the effect wears off he can make his escape. Okay. Okay. Well, this measly bunch can slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means... Next step, the quest. Forget these guys. Come on, let's keep following... There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So... So, what do you say? Woohoo! Good idea! Is that not a problem here? Hm? Okay. Bomben... Okay, we can bomben... Werfen. Ähm... Erstmal hier. Höher fliegen. Bomben auf E. both. Ja... Fliegen wir hier höher. Fliegen wir hier höher. Erstmal den. Den... Den die... Die, das war nicht glücklich. Okay, wir müssen einmal zurück, damit wir hier gewinnen. Okay, jetzt haben wir was. das ist sehr gut dass die kamera gefällt mir nicht die ganze zeit nach unten hätte er lieber nach vorne gucken jetzt kann man es kann man es ist nur abwarten fernsicht gequatscht hat hier gibt es nichts hier haben wir auch nur zwei einfach über gleiten folgendes war und dann zack nervt uns nicht mehr ok es ist nur la drohe gibt es da vorne auch vielleicht noch eine truhe und ich glaube zwar nicht aber ich gehe noch mal zurück nicht wirklich hier gibt es okay so dann hier nach links das kann man kaputt machen oder einfach einmal drauf schießen okay und dann können wir den aktivieren okay zu vorne weiter im war perfekt hier oh wow das ist mit dir okay Hm. Das war's. Hm, da ist nichts. Okay, die Truhe. Ja, und dann aktivieren wir den in der Mitte. Okay, wir kriegen hier vorne einen Luftstrom, können nur hochfliegen. Okay. 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 So, die Eifertruhe wieder. Dann gehen die Tür auf. Vorne sehe ich noch eine einfache Truhe, die ich mir holen sollte, glaube ich. So, auf der anderen Seite. Okay. Das ist da, wo wir gekommen sind. Ich fass übersehen. Okay. 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 So, das ist. Okay. So, das ist. Wenn du mich aufhörst, dann schaffst du mich! Wer hat die kleine Mädchen gebracht? Du musst dich aufhörtern! Du kannst nicht aufhörtern! Ich muss nicht aufhörtern! Es gibt keinen Weg, dass du es hier überhörst. Oh, es ist ziemlich hoch. Und ziemlich weit. Oh, kleine Mädchen! Warum solltest du jetzt nach Hause gehen? Und lass dich mit deinem Liedern beschäftigen! Keine Worte! Ich versuche, dass, wenn der Grandmaster hier kommt, ich werde sofort zurück. Hey, watch it! Du sprachst mit einem Knights of Favonius Outrider. Du wirst dich verraten, wenn ich dich arreste. Du bist richtig. Er ist dort in front of uns. Wenn wir nur aufhörtern! So, wie hat er aufhörst? Kannst du sehen was mit deinem Elemental Sight? Nein? Oh, okay. Never mind. Bye-bye, kiddo! Oh, no! Er ist weg! Oh, wir können nicht mehr wundern. Wir können nicht mehr wundern. Der einzige Weg zu gehen ist, dass wir da sind. Aber... 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 Ich bin der Gliding Champion von Mondstadt, nicht wahr? Wenn Raptor kann es tun, ich kann es tun. Ey, Outrider! Du hast weniger chances zu übernehmen das als auf die Animo-Gott statue in Mondstadt ohne dein Windglider. Ha-ha! Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But... If you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now! Back home like a good little girl! Raptor says I'll never make it. But... If you listen carefully... The wind... The wind says I will make it! And that's good enough for me! Okay! Is it going? I'm fast springing! Amber! No! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She... She's gliding! Amber's gliding! You're crazy kid! You must have known about the wind current! There's no way you would have jumped otherwise! The wind takes care of those who have current! Now sit still and await your arrest! Like a good little boy! Like a good little boy! Ah! Ah! Breathe! I'll have my events! Eventually! My turn! Ah! I must leave you a stop! interes! Huh?! Huh! Uh... Huh?! Ha! Huh... Huh! Huh? Ich habe ihn. Ich habe nur den Windkirren von in der Luft, und es ist der einzige. Es wäre Suicide zu versuchen, in die Richtung Raptor wäre. In anderen Worten, die nur Raptor wäre, wäre das hier, nach uns. Aha! So er war nur zu tun, um uns zu tun, um uns zu tun, um uns zu geben und zu gehen. Little hat er wissen, wir sind nicht so leicht verletzt. Es war alles dankz' zu Ihrer sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7-parts technique, 3-parts instinct, and then 90-parts courage. What you did now looked more like 99-parts courage. Ah, it was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Um, sorry. Heimam thought you said you passed no problem. What do you mean, exams since then? Uh, well, you see, the thing is, Mondstadt is all, no glides on this, no landings on that. Ah, every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Gene sometime. I'll head off first, because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. Okay. Die Truhe und, äh, ja, das wär's gewesen fast, denke ich. Wir müssen unseren Flugschein nur noch abholen, von Ember. In der Kathedrale von Mondstadt. Oh, hab ich eigentlich schon gesagt, das ist verdammt warm. Okay, ab geht's in die Kathedrale. Du bist, was mein Leben ist. Das ist cool. Ich könnte man nicht speichern. Okay. Oh. Hm. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. Okay. Wir haben es erfüllt und wir sind Stufe 10 geworden, was ziemlich nice ist. Ich kann mal nicht rein, das war eine Quest. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das war definitiv eine Quest. Bei der guten Frau gab's was zu holen. Was gab es denn bei dir? Ja, de facto oder irgendwie sowas war das, ne? Aber viel physischen Damage, meine ich. Unfassbar, dass ich das echt noch weiß, ne? Okay. Ja. Und das war eine Errungenschaft sogar. Okay. Was für eine Errungenschaft war das denn? Okay. Nicht der Rede wert. Irgendwann bekommen wir sie alle. Was haben wir sonst noch dazu bekommen? Wir haben jetzt Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 3. Kapitel 2. Kapitel 3. 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 Kapitel 3 Sonst haben wir nichts mehr, hm? Oh, oh, was ist denn hier jetzt passiert? Okay. Okay. Ja gut, das ist die Liegen, die ihren Quest, aber die kann man auch nicht annehmen, weil wir keine Delis haben. Aber wir haben eine neue Hauptquest bekommen, die wir als nächstes machen können. Wir haben aber auch einige Nebenquests, die wir machen können, die wir nicht. Okay. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch... Machen wir? Wir machen jetzt noch 10 Puls, oder? Im Standard-Banner. Machen wir einfach mal. Ist ja vergünstigt. Let's go. Okay. Okay. Wie ist meinst du? Das ist Köln für F-Star. Aber ein guter Hack, der finde ich sehr schön. Okay. Okay, Händler. Wir können... Ich würde die erstmal holen. Und dann können wir uns noch einen 10er Puls gönnen. Mh... Mh... Nch. Mh... Mh... Nch. Schade. Egal. Ja nicht. Mh... Mh... So. Das wäre das mit der legendären Quest von Ember. Ich hoffe, ihr habt da auch so viel Bock dran wie ich. Das Ganze hier wieder von vorne alles durchzuspielen. Ähm... Es ist schon anstrengend. Nein. Alles viel gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.